Klaus Schwarzkopf war ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Leben Schwarzkopf wuchs bei seiner Mutter Gertrud auf. Er musste wegen einer Knochentuberkulose jahrelang in einem Gipsbett schlafen. Der Vater war bereits wenige Wochen nach der Geburt des Sohnes verstorben. Nach der Schulzeit folgte eine Ausbildung im Verwaltungsbereich, wo er zum Regierungsinspektor ernannt wurde. Gegen den ausdrücklichen Willen der Mutter begann Schwarzkopf mit 20 Jahren, noch während des Zweiten Weltkriegs, eine vierjährige Schauspielausbildung in Berlin, die er 1947 erfolgreich beenden konnte. Sein Privatleben hielt Schwarzkopf von der Öffentlichkeit weitgehend fern. In einem Interview äußerte er sich einmal. Ich habe das Heiraten verpasst. Der Beruf ist so dominierend in meinem Leben, dass private Gefühle und Wünsche zu kurz kommen. Im Juni 1991 wurde Klaus Schwarzkopf wegen einer akuten doppelseitigen Lungenentzündung in das Bochumer St. Josef Hospital eingeliefert. Sein Münchner Management informierte die Presse, dass Schwarzkopf laufende Dreharbeiten zu der Große Bellheim nicht gefährden wollte und deshalb, eine schwere Lungenentzündung, verschleppt habe. Nach seinem Tod berichteten deutsche Tageszeitungen, dass Schwarzkopf im Alter von 68 Jahren an den Folgen der Immunschwäche-Krankheit Aids verstorben sei. Seine angebliche Homosexualität wurde im Jahr vor seinem Tod durch die Presseberichterstattung zu einem Buch von Hermann J. Huber erstmals öffentlich thematisiert, und es kam zu einem Zwangsouting, auch wenn Schwarzkopf dazu öffentlich nie Stellung bezog. Verschiedene Publikationen behaupteten später, Schwarzkopf habe eine langjährige Beziehung mit dem ehemaligen Tänzer und Regisseur Hubertus Möller unterhalten. Dieser stellte 2016 in einem Interview allerdings richtig, dass zwischen ihm und Schwarzkopf zwar eine enge Freundschaft bestanden habe, nie aber eine Liebesbeziehung. Seine letzte Ruhestätte fand der Wahlmünchner in Eidenbach in Niederbayern. Karriere Theater Schwarzkopf debütierte 1947 als Theaterschauspieler unter Boleslav Balog am Berliner Schlossparktheater neben Hildegard Kneff. 1953 wechselte Schwarzkopf nach Wiesbaden, später war er in Hannover und München engagiert. Er avancierte zum Publikumsliebling und wurde zum »bayerischen Staatsschauspieler« ernannt. In den 1970er Jahren war er in Produktionen des Hamburger Thalia Theaters zu sehen. In den 1980er Jahren verpflichtete ihn Gobert an die staatlichen Schauspielbühnen Berlin, wo er unter anderem 1982 den russischen Gesandten in der deutschen Erstaufführung von Slavomir Merozeks der Botschafter und 1984 den Hauptmann von Köpenick in Karl Zuckmays gleichnamigem Stück darstellte. Schwarzkopfs Repertoire umfasste Rollen wie den schwulen Friseur Harry in Charles Dyers Unter der Treppe und den Vertreter Willi Lohmann in Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden, den er als seine Lieblingsrolle bezeichnete. Schwarzkopf war als intriganter Sekretärwurm in Schillers Kabale und Liebe, Hauptmann von Köpenick unter TÜV zu sehen und trat auch in zeitgenössischen Stücken wie etwa »Frauen vor Flusslandschaft« nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Böll auf. Bis zum Ende seines Lebens war Schwarzkopf neben seiner Fernsehkarriere als Bühnenschauspieler erfolgreich. Fernsehen und Kino In den frühen 1960er Jahren begann Schwarzkopfs Fernsehkarriere. Er wirkte im Lauf der Jahrzehnte in mehr als 250 Fernsehproduktionen mit. So war er in Krimiserien wie »Der Kommissar«, Derrick, »Das Kriminalmuseum« und »Der Alte« zu sehen und wurde wiederholt als »Meister der leisen Töne« bezeichnet. Der rundliche, kleingewachsene Darsteller stellte oft eher unscheinbare, durchschnittliche »Charaktere« dar. 1969 war er in der Titelrolle der Fernsehadaption von Molières Tartüff oder »Der Betrüger« zu sehen, 1970 spielte er in der Gaunerkomödie »Der Mann«, der den Eiffelturm verkaufte. Zwischen 1971 und 1978 spielte Schwarzkopf in sieben Tatort-Krimis den stets etwas mürrisch auftretenden Kommissar Finke, der zusammen mit seinem jeweiligen Assistenten in Kiel und Umgebung ermittelte. Die meisten Finke-Krimis wurden von dem späteren Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen inszeniert. Besondere Popularität erlangte 1977 die Folge »Reifezeugnis«, mit der die damals 16-jährige Nastasja Kinski ihre internationale Karriere begründete. In Erinnerung bleibt Schwarzkopf auch durch seine Darstellung des Bankier Kesselmeyer in der Fernsehserie »Die Buddenbrooks«. Auch in den 80er Jahren blieb Schwarzkopf ein vielbeschäftigter Darsteller im Fernsehen. Er spielte unter anderem in der Serie »Wer den Schaden hat«, im Mehrteiler »Alte Gauner«, in »Die Stunde des Léon Bisquet« und in der Fernsehsatire »Das blaue Bidet« nach dem gleichnamigen Roman von Josef Breitbach, in der ein Knopffabrikant all seine Habseligkeiten verkauft und erstmals einen Urlaub am Mittelmeer verbringen will. In mehreren Folgen der beliebten Serie Praxis Bülobogen verkörperte Schwarzkopf von 1987 bis 1991 den Kloschar, Gleisdreieck. Schwarzkopf spielte in Kinofilmen wie »Herrliche Zeiten« im Spessart und in den Simmeladaptionen und »Jimmy ging zum Regenbogen«, der Stoff aus dem die Träume sind und alle Menschen werden Brüder. 1973 war er auch in dem Psychothriller einer von uns beiden zu sehen, als ein Soziologieprofessor, der von einem gescheiterten Studenten erpresst wird. Seinen letzten Kinoauftritt hatte Schwarzkopf 1985 in Bernhard Wickies »Die Grünstein-Variante«. 1991 spielte er zunächst neben Mario Adorf, Will Quattflieg und Hans Korte eine der Hauptrollen in Dieter Wedels vierteiliger Miniserie »Der Große Bellheim«. Im Juni musste Schwarzkopf die Dreharbeiten aufgrund seiner fortgeschrittenen Erkrankung abbrechen. Seine Rolle wurde danach von Heinz Schubert übernommen. Synchronisation dank seiner sanften, prägnanten Stimme war Klaus Schwarzkopf ein gefragter Synchronsprecher. Besondere Popularität erlangte er in den 1970er Jahren als deutsche Stimme von Peter Falk in der Rolle des Inspektor Columbo. Er sprach außerdem Darsteller wie Gore Champion in der Verfilmung des Musicals Showboat Mississippi Melody, William Shatner in Urteil von Nürnberg, Mickey Rooney in In Beirut sind die Nächte lang, Peter Lore in die Spur des Falken. Neben Robert Mitchum, Burt Lancaster, Bob Hope, Douglas Fairbanks Jr. und vielen weiteren Liatoni Curtis in Winchester, 1973 und Lloyd Bridges in 12 Uhr mittags aus dem Jahr 1953 seine Stimme. In der Dieter Haller Vorden Komödie »Ach du lieber Harry« von 1980 war er die deutsche Stimme von Jacques Marine. Auszeichnungen 1973. Filmband in Gold für alle Menschen werden Brüder.